Hä? Willst du nicht... Okay. Warte mal. Das fällt genau so, wie ich was bringe. Wenn ich das so mache. Da kommt er auf jeden Fall durch. Hm... Centos? Nein. Nee. Weißt du, was mich grad auf erinnerst? Du nicht an dem letzten Level? Mit der Wand? Kann da nicht mehr drauf sitzen. Ja, warte. Guck mal, genau. Du musst einmal durchrennen. Du musst einmal durchrennen. Erstmal muss da rüber geflogen werden. Ja, genau. Soll ich die durchgehen? Muss ja, ne? Ich kann auch anders machen. Naja. So. Okay. Und was bringt das jetzt? Irgendwo ein Würfel. Guck mal nach oben. Vielleicht irgendwo. Naja. Ich kann nicht aber hier hinholen, glaube ich. Aber es bringt ja nix, weil ich hier durchgehen muss erst. Dafür musst du da auf den da stehen. Total. Total. Äh. Du musst... Ich will erst darüber einmal. Ich will wissen, was da hinten ist. Deswegen musst du halt einmal da drauf gehen. So geht das ja. Ich vertraue dem die ganzen hier nicht so. Mach mal. Der geht nur nach oben. Ähm. Äh. Äh. Fuh, 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 fuh. Jedenfalls ein Knöpfchen. Wie soll ich denn darüber kommen? Warte mal. Ähm. 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 Ist da immer eine Plattform? Nicht? Ne. Das ist nicht. Ne. Warte mal. Was machen die Dinger hier? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da habe ich mich auch schon tausendmal gefragt. Bestimmt, wenn du irgendwo runterfällst, dass du wieder irgendwo hochgehen kannst oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wird? Wird mal da dein Portal hin. Äh. Das andere. Äh. Umgekehrt muss ich immer machen. Nein. Was ich verarschen hier? Ach, ich muss irgendwo, wo muss ja das andere denn hinsitzen? Da. Meinst du jetzt liegt da irgendwas blaues? Oder da hin? Was finde ich da immer nicht raufträge? Ja, guck mal hier. Ich kann mal so machen, warte. Müsste rot sein, ne? Da ist keins mehr. Ach ja, ich muss warte. Was ist das kacke hier? Mann. Mach doch mal da und da. Nein. Ne, will ich nicht. Da und da. Hör doch mal zu. Hä? Ich will doch, guck mal, ich muss doch hier ein bisschen, dass ich zumindest die blaue Fläche hier hab. Ja. Ja. Aber lass sie doch so durchschießen eben. So. Am Arsch jetzt hier. Ja, so. Warte, warte. Noch nicht rauf, geh noch nicht. Warte, noch nicht drücken. Jetzt weißt du, warum das ist? Warte, mach. Ja. Jetzt mach. Hui. War ein bisschen schnell, ne? Ja, ne? Äh, fuh, 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 fuh. Und nun? Ja. Der Pischstrahl ist irgendwo hinten bei mir hier. Hä, wir können hier runterlaufen, weißt du, ne? Hä, der ist aber da, der Strahl. Da rum ist noch ein Laser ja. Das ist der einzige Laser. Wird das denn gehen? Hä? Mach mal nochmal, was ich dir gesagt hab. Dass du da gelb lässt und da rot machst. Habe ich. Da musst du, glaub ich, durchspringen? Oder nicht? Was hab ich da vorn? Weißt du, dass ich da hochkomme? Und ich schaff das. Warte mal. Jetzt gibt's ne Sache. War das hier. Aber wir brauchen den Würfel dafür. Hat Sinn. Der Würfel muss irgendwie rüberkommen. Kannst du... Ha, der Würfel muss hier hinkommen. Ja, ich weiß. Steh ich fest? Ja, ich weiß. Meinst du, deswegen ist auch der Button, wo ich hier draufstehe, damit der Würfel nicht kaputt geht? Warte mal. Sache ist... Meinst du, das schaffst du? Scheiße. Unter dir müsste auch ne Plattform sein da. Ja, ist auch. Komm, komm, komm. Fuck. Hier ist noch ne Kante. Eben. Bist nicht perfekt gesprungen? Ich mach mal den... Die Barriere wieder da, ne? Pass auf. Komm, ich mach's dir mal vorsichtig, aber weg einfach. Ich hab's überhaupt keine Idee, wie man da hochkommen soll denn dann, ne? Genau ist gleich, aber... Soll ich mal Jumpy machen? Pfff, scheiße. Lass nicht, ich film mal Jumpy. Meine. Auf Wiedersehen. Tschau Würfel. Tschüss Würfel. Müsste Würfel wieder hier holen. Ach der kommt immer wieder. Jetzt häng ich hier anerkannt wieder dran. Lass ihn mal da durch fliegen. Hi Würfel. Hi Würfel. Ich hab's für dich grad probieren. Achja, das war's. was ich probieren wollte. Ne, das geht genauso wenig. Autsch. Fuck. Bist du schlecht. Alter, du selber nicht. Mh mh. Da hast du ne Idee. Schaffst du nicht da runter. Nein, du hast die Würfel. Flippisch. Wie net ist denn das Level jetzt? Echt net. Pass auf, Mauer kommt. Ich hab den noch nicht mal drangehalten. Aber er ist auf jeden Fall wieder hier. Irgendwo. Ja. Hinter dir. Da. Warte mal. Hier, holt. Ey der. Alter, ich bin auf dich drauf. Ciao. Hä? Okay. Bist du. Da. Ja. Aber du mich weggedrückt hast, du Vogel. Ja. Wie komm ich jetzt wieder da hin? Erklär mal. Achso. Du musst mal eben da auf den Button gehen, bitte. Bist du drauf? Ja. Bist du drauf? Ja. Wenn man die orangene Soße hier durchschießen. Deswegen. Weiß er nicht. Das Schlimme hier ist ja noch nicht mal alles blau an manchen Stellen. Dann kriegst du das kotzen. Dann kriegst du das kotzen. Dann kriegst du da hin, dass du da das rote Portal setzen kannst. Ja. Gecheatet. Ja. Weil. Man kann ja so machen, ne? Ja. Und dann? Aber. Ey. Das ist hellblau war das. Das fliegt nur dagegen. Scheiße. Äh. Äh. Ne. Warma. Ne? Ne. Schmieren wir gleich ein Brötchen, wenn das so lange dauert. Schlecht. Sind wir wirklich so blöd? Ja. Äh, ich muss da oben blau hinhaben, da. Du musst mal bitte da blau hinmachen, wo jetzt orange ist da oben. Mach das mal bitte. Da hin? Da ja. Du meinst mit durchfliegen? Nein. Komm mal bitte hier hin. Damit du eben blau hinlenken kannst. Ich weiß ja nicht, wie du blau dahin gelenkt hast. Ich musste mich hier... Ah, das Ding da. Ah, ne? Ich muss ein Portal einsetzen, damit wir da irgendwie blau hinbekommen. Da. Sind wir blöd, ey. Sind wir blöd. Sind wir einfach blöd. Jetzt müssen wir ein Portal fliegen machen wieder. Nein. Brauchen wir nicht mal ganz. Meinst du? Obwohl doch. Wir müssen ja über das Portal hier gehen. Weil wir müssen gegen das Portal. Auf das Portal. Dann springst du dagegen und fliegst dann rüber. Ja. Ja. Für was meinst du jetzt? Da hast du ja deine Portale hingesetzt. Ah, ist das andere blaue hier? Nö. Ja. Das musst du da bitte nicht machen. Weil... Wir springen hier rüber. Dann musst du von... Du gehst... Ja, das passt. Ich muss da gleich auf diese Plattform gehen. Wo die orangenische Fläche ist. Das Tor umdrehen. Da mein Portal hinsetzt. Das gelbe. Dann springst du durch das rote über dir. Springst in dein dunkelblaues. Springst in dein hellblaues hier. Ja, aber dann müsste ich den hier stehen lassen. Und das geht doch nicht. Doch. Äh, klar. Das geht, den Würfel. Indem man den einfach nochmal wiederholt dann. Nein! Hör mir doch einfach mal zu. Weil das ist richtig... Ich komm... Ich komm doch gleich rüber. Du musst einmal nur hier nochmal zu mir kommen. Das ist das Problem. Du musst einmal zu mir kommen. Du musst da oben das andere Portal hinsetzen. Hier. Da auf der Schaltfläche. Weil wir kommen von... Ah, jetzt hab ich die Chatting in der Mitte. Die gedrehte Fläche mach ich in gelb. Dann springst du durch rot. In dein dunkelblaues. Das geht doch. Genau. Jetzt kannst du wieder... Dich verschwinden. Jetzt kannst du verschwindibus machen. So, jetzt komm ich rüber. Was aktiviert der Laser dann? Weiß ich nicht. Der wird auf jeden Fall was aktivieren. Machen, aber du musst. Ja. Okay. Musst du lassen. Tolle. Das ist so. Bist du da oben? Nee. Achja, die Portale... Wird Portale verschwinden. Ja. Gibt es keinen dritten Menschen? Ja. Mh... Mal anders hoch kommst du nicht. Mh... Oder muss ich... Ne, warte mal. Wir müssen die Portale genau andersrum setzen. Oder ich hätte durchgelaufen müssen. Mh... Weiß du nicht. Ja, wenn... Wer da durchspringt, verschwinden ja seine Portale auf anderen Seite. Weiß. Wär ich jetzt durchgesprungen. Oder wär ich jetzt hier durchgelaufen. Dann hätten sich ja nur meine Portale auch von dieser Seite verschwunden. Aber in der Zeit war ich ja schon am fliegen dann. Nö. Lauf. Hast du da oben? Ja, toll. Aber dann kann ich mein Portal nicht so schnell setzen. Musst du sowieso von da drüben setzen. Ja, du musst aber auch... Du musst auch mit rüber. Obwohl, warte mal. Ich muss gleich einfach durchlaufen.